Pfalzmann Tipp November 2020 Wir befinden uns hier am Neppi respektive Haslisee Er ist hier in der Agglomeration Zürich Das ist das Center von Niederhasli Mettmannhasli und Oberhasli Es hat auch einen Bad hier gesehen Es hat auch schöne Aussichtspunkte wo man auf grosse Stühle sitzen kann und die ganze Landschaft geniessen Man läuft etwa einen Kilometer dann ist man hier rundherum Geniesst es Kommt hier herun und schaut die Landschaft an in der Agglomeration Zürich Ich wünsche euch viel Vergnügen in der Natur Aussen Euer Galus Mottiger